Ja, mach, wie er sich die Zeug entgegen kann. Was willst du? Ich brauche noch was. Was willst du? Machst du heute? Hast du noch viel? Sperr mal deinen Arsch aus dem Weg, dann würde ich hier durchkommen. Dankeschön, Schanke. Und diese hier. Die Polizei hatte noch nie was mit mir. Du hast mich angefasst. Was? Du hast mich angefasst. Ich habe dich nicht angefasst, ich habe dich nur abgewehrt. Der Unterschied ist, du schlägst ja sowieso. Du bist so scheu. Du bist einfach nicht los. Ich bin jetzt in das Zimmer. Was willst du? Mach ein Foto, mach. Komm, mach. Also ach so schlägt. Und das ist ja jetzt. Die Polizei, hörst du dir.